Applaus übrigens für unseren Tonmann Janis, der da hinten, von mir aus gesehen, links in der Ecke steht. Der Sven am Schlagzeug ist sehr rücksichtsvoll. Er hat gesagt, ich soll dir sagen, dass mit dem Sound alles gut ist. Es wird so selten gelobt heutzutage auf dieser Welt, deswegen hast du gut gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Let's play the guitar. Let's play the guitar. One more time. Let's go. Let's go. Why don't you set me free? Well, I don't know why. I don't know why. We never had a dream. 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 Vielen Dank.